und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu assassin's creed valhalla ja in der letzten folge haben wir mit randwie gesprochen und unser bündnis angegeben jetzt brauchen wir ein neues ich würde ich gerne knutschen aber nein zeigt mir erst mal die bündnis ich möchte die bündniskarte einsehen so wir sind beim letzten mal glaube ich hier oben gewesen das heißt wer mir noch einen mit 250 und das ist dann ja denke ich mal das letzte weil wir da ja mit der hauptstory weitermachen haben wir dann wirklich keine anderen mehr haben wir alle anderen schon gemacht oh mein gott okay dann würde ich sagen machen wir jetzt das bündnis für snottinger hamskir oder sowas in der art ich habe einen besonderen ruf aus nottinger hamskir im norden erhalten von deinem alten freund willy willy den namen habe ich schon zehn winter oder mehr nicht gehört wie geht es ihm gut scheint es willy bittet dich an festmahl und feierlichkeiten zu ehren seines vaters jahr heming teilzunehmen eine willkommene einladung es wird schön sein ihn wiederzusehen es lohnt sich auch anzumerken dass sein vater ein mächtiger verbündeter wäre reist du hin ja aber natürlich ich werde heute nach snottinger hamskir aufbrechen schön sie werden sich freuen jeder freut sich mich zu sehen das ist doch klar ja dann würde ich sagen wir machen uns jetzt mal auf den weg dorthin und sehen uns dann gleich am zielort wieder bis gleich bevor wir jetzt allerdings reisen können ich habe jetzt gerade leider in der zeit wo ich schon die aufnahme beendet hatte noch einen hinweis bekommen ich soll mich mal eben zu heitern begeben dann sprechen wir mit ihm auch noch mal kurz jo vorweg ist nun vom einfluss des ordens befreit überwältigende arbeit wie immer danke für alles was du getan hast hier ist etwas für dich vor einigen tagen kam ein merkwürdiger brief an unterzeichnet von einem armen mitstreiter christi vielleicht richtig ein bekannter von dir ich würde ihn nicht erkennen aber dieser mitstreiter kennt viele geheimnisse des ordens seinetwegen fand ich sie so leicht in den städten in dem brief steht du musst nach winchester reisen zu gottes haus gehen und einen mann in weiß aufsuchen dann zitiere dies kommt übermut so kommt auch schande bei den bescheidenen aber ist weisheit nun denn ich werde mit randvi sprechen mir ein bild von all dem machen brauchst du irgendetwas okay das heißt wir haben jetzt noch eine neue quest bekommen ich muss gehen dann gehe in frieden ja dann würde ich sagen dass wir mit randvi noch mal kurz sprechen das ist ja sehr interessant ich dachte dass wir jetzt nur mal kurz mit ihm also jetzt mit heitern sprechen müssen und weiß ich nicht er uns dann beglückwünscht dass wir das alles so schön gemacht haben und so aber da tun sich ja weitere abgründe auf moment ach so das wird mir jetzt nicht angezeigt okay ich dachte gerade schon wieso ist das jetzt woanders steht jetzt nicht mehr hier wo sie sonst immer steht aber da steht sie also sprechen wir natürlich auch mit ihr oder auch nicht ich möchte die bündniskarte einsehen ist das denn vielleicht auf der bündniskarte zu finden ach das ist jetzt hier auf der bündniskarte drauf ja das ist ja cool ja dann können wir aber definitiv erst mal das machen was wir jetzt vor hatten und dann schließen wir das direkt hinterher an ich habe es mir anders überlegt genau also irgendwie nicht so richtig aber egal wir gehen jetzt erst mal ich sollte gehen so ja dann bleibt es beim üblichen plan dann reisen wir zu dem unaussprechlichen land und sehen uns dann gleich wieder ja ich bin hier gerade kurz vor meinem ziel nach snuttinger hem oder so und kann euch hier schon mal den kleinen tipp geben ich habe hier eben auch schon ein erinnerungsfoto gemacht dass genau hier in dem bereich davor ein sehr schönes gebiet ist um braunbeeren fälle zu sammeln weil mich da nämlich jetzt vier oder fünf braunbeeren glaube ich angegriffen haben und es werden irgendwie nicht weniger habe ich so das gefühl also hier ist ein schönes kleines jagdgebiet dafür das nur so als tipp wenn ihr auch das muss nuttinger haben sein wo sachsen und dänen in frieden leben genau von einem land unter jahr hemmings herrschaft habe ich nichts anderes erwartet das ist doch schön kommst du hier gut runter geht so wir sind direkt am langhaus wunderbar da wollen wir zwar nicht hin aber egal da müssen wir waren okay ich freue mich darauf wieder zu sehen ja ich hatte zwar keine ahnung mehr wer es war aber ich freue mich auch ja genau hier gibt es doch wieder so einen typen der einen verkauft das ist gar nicht der den ich brauche himmingsbote bleib stehen bleibt stehen stehen kann ich meinen augen trauen bist du es wirklich und wer besorgt wie du alter und wie geht es dir eine alte freundin ist ein gutes sie sich das einer an man könnte dein kinn gras glatt für eine hecke halten doch der gesunde bart eines jahres ist es auch nicht und wie geht es willi seine nachricht hat mich sehr gefreut ich stehe hier heute an willis stelle er und sein vater brachen auf nach ulkertorp um eine invasion der pikten abzuwehren wir haben sie lange belagert und nun will jahr hemming die arbeit beenden ja natürlich würden wir eine seite kämpfen allerdings wurde eine belagerung nicht erwähnt worum geht es denn seit unserer jugend habe ich nicht mehr an willis seite und der seines vaters gekämpft wenn sie mich brauchen gehört ihnen meine klinge doch trotz des kriegsgeschreis sollst du wissen dass willis vater sehr viel gebrechlicher ist als bei deinem letzten besuch wie kann das sein ja hemming ist ein stier das stimmt und er wird sich freuen wie skrl mit dem mond in seinem maul wenn er dich sieht komm der schnellste weg führt über den fluss auch wenn uns diese gewässer feindlich gesinnt sind du bringst uns glück wir könnten die meerhengste flussabwärts reiten ok welche gefahren auch lauern ich bin bereit sobald dein schiffstrupp fertig ist brechen wir auf unser jahr hat lange genug gewartet wir folgen dem wolfsmahl zu seinem lager die geschichte zweier jahrs das erinnert mich irgendwie ein bisschen an anno 1800 weil da hieß es die geschichte zweier brüder so willst du denn mit mir hin richtung fluss das hast du schon gesagt aber in welche richtung ich reiste weit vergoss den tau der schlacht mein ruf soll der preis des sieges sein ach ja ich dies mir so ähnlich nur dass ich nicht nach rum sieg und ehre strebe äh neues schnellreise ziel sehr schön so was heißt denn für dich flussabwärts weil er hat irgendwas von hengsten gesprochen will er jetzt mit dem schiff oder will er jetzt wie will er jetzt und nun stehen wir hier schauen uns das schöne gewässer an soll ich ein bisschen angeln bis ihr mal in die gänge kommt oder könnte ich eigentlich machen weil hier vorne also ich werde es nicht machen keine sorge aber hier vorne muss ich mal eben ganz schnell gefahren lauern ich gehe vor und sorge dafür dass wir nicht überrascht werden ach so ich soll vorgehen ja sagt mir das doch einer ich wollte mir nur eben ein erinnerungsfoto machen weil wie gesagt normalerweise stehen ja immer angler an diesen stellen und da wo diese fische sind normalerweise mit angler kann man immer sehr gute sachen angeln und wo soll ich denn dahin moment die krieger so ach so die soll ich jetzt doch nicht mit dem schiff begleiten okay also doch wie er es vorhin gesagt hat mit dem mit dem pferd quasi peros hat er gesagt wo sollen wir denn hin weiß ich immer noch nicht ich soll dir wahrscheinlich folgen oder ich habe doch keine ahnung wohin es geht reiht doch mal vor alter mann ja los ich erinnere mich wie du viele legendäre geschichten am herdfeuer spannst als willi und ich noch klein waren aber ich meine du erzählt es uns nie wie du dich jahr heming verpflichtet hast ist das eine gute geschichte oh ja aber sie ist traurig ich schätze ich war im selben alter wie du heute skadi hatte uns einen harten winter geschickt und ein großteil unseres klans hungerte um uns zu erinnern lud meine familie geht es noch was mich hier durch aber auch ich wusste dass der attentäter sein wird so können wir die jetzt mal sehen einmal zweimal dreimal viermal den anderen überlasse ich dir auch junge dann schlag den doch auch zu brei so noch einer keiner hat mehr lust eine abzukriegen was seid ihr denn für luschen hier ja gut dann geht es weiter wieso habt ihr jetzt keine pferde mehr wieso haben die keine pferde mehr sind die jetzt abgehauen oder was ist aber nicht gerade die treuesten rösser oder dann lauft ihr mal zu fuß mit will einer noch bei mir drauf springen einer könnte ja vorne mit drauf springen aber der trick wie möchte offensichtlich keinen mitnehmen der hat keinen bock drauf so wie es aussieht denn es ein lagerfeuer sind da jetzt auch noch mal banditen oder da sind noch mal banditen hier kommen nicht abhauen ich würde sagen die erstmals kapiert wurden da hinten ist doch einer lauf doch nicht weg ich habe den genau gesehen auch wenn ich jetzt nichts mehr sehe moment ich habe zwar irgendwie das gefühl dass zu fuß gehen vielleicht jetzt einfacher wäre als diese ständige auf und ab steigen aber naja lauft mir jetzt nicht vor meine pfoten wollte ich gerade sagen das sind aber gar nicht meine pfoten sind die pfoten meines wölfes meine süßen wölfin so kommen wir gleich noch an lange dauert das jetzt noch müssen wir ich würde sagen ich schneide das mal ein bisschen raus wenn das jetzt zu lange dauert hier moment moment hier ist das ist aber ein rätsel moment ich kümmer noch jemand plündern sehr schön ich habe den befehl nach stanburg zu gehen aber unser lager liegt gleich voraus also zieh ohne mich weiter willi und jahr heming werden sich freundlich zu sehen okay moment moment jetzt laufe ich ihm aber gerade hinterher meine ich doch ich muss doch nach links wieso laufen oh was war das da war ein tier also ein totes tier auch nicht schlecht ja dann würde ich sagen werde ich jetzt hier den berg hochreiten ich hoffe dass ich hochreite und mich mit ihm treffen und dann gleich nochmal einen kleinen garten machen ah das sieht schon mal gut aus hi zerreiß mir einer das schafsfell wenn das nicht evo das wolfsmal ist das bin ich evo sei gegrüßt zehn winter sind vergangen seit wir dich zuletzt sahen ja ne hallo mein freund sagt sie auch immer wieder hi bei freias kuss du bist da willkommen dein sohn schickte nach mir jahr heming eine der schöneren botschaften die mich in englerland erreichten ich wünschte ich könnte mit guten nachrichten fortsetzen doch wir sind inmitten eines sturms und doch singt mein altes herz gewaltige lieder bei deinem anblick gut siehst du aus evo stark gesund ja er nicht aber das sagen wir ihm natürlich nicht mein herz sinkt ebenso es ist schön dich wiederzusehen man sagte mir du hättest das herz eines galgen was doch alles in dir steckt bewegung auf den mauern dann schießt die bewegung runter wenn es nicht die eigene ist da bin ich mal gespannt ihr kennt mich ein zeitalter lang als euren jahren und ich kenne und liebe euch alle seit ihr kleine kinder wart ihr macht mir die bürde leichter hoffen wir mal dass du besser kämpfst als du alters dränger mhm du lallst ja gar nicht willy hast du dein ale verlegt heute kämpft ihr nicht für mich nicht für einander heute kämpft ihr für eure kinder kämpft damit sie aufwachsen und gut und gerecht sein können wie ihr es seid heute für sie holen wir ulkertorb zurück drück wie und eivor haben uns pfeile und öl gebracht um die fallen der pickten in brand zu stecken na endlich der erste der von oben auf diesem turm ein zeichen gibt mit der waffe ihres kriegsherrn in der hand trinkt diesen monat meinen mit bei tors bad es ist schön dich zu sehen willy oh ist das so oder willst du meinen schweligen händen den ruhm entreißen der ruhm ist dein naja ich würde sagen tun wir es gemeinsam oder das wird ich weiß ja nicht was sie dann sagt das ist immer das problem also ich hätte jetzt sowas nettes gesagt wie der ruhm ist dein aber ich kämpfe an deiner seite oder sowas äh der ruhm ist dein komm du kannst deinen ruhm haben willy ich bin hier um dir und deinem vater zu helfen wie demütig was ist mit dir geschehen eivor auf die alten zeiten also und auf die neuen kämpft söhne hemings bringt heute den sieg denn morgen feiern wir entzündet die pfeile mögen sie mit ungezähmter flamme brennen so finde den anführer der pick ja wo lauft ihr denn jetzt alle hin ich weiß ja gar nicht mal so genau also ich muss jetzt hier rüber ja wenn ich das ach so das sind schon die ersten gegner okay ich würde sagen ja ich würde sagen wir werden sofort angreifen ja natürlich werden die angreifen wir greifen die ja auch gerade an ja machen wir ich habe zwar keine ahnung wo der ist oh scheiße sollt ihr vielleicht nicht so alleine reinrennen der anführer wird den turn verteidigen nein 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 nicht da rein nicht da rein geh weiter oh moment da war ein da war ein ein kampfvolk moment ja komm weich aus geh weg spring weich aus ach warum wei ich die blöde fuhr auf nicht einmal aus wie soll es ausweichen ist das denn so schwer anscheinend ja der typ geht mir auf den sack hier echt ach so das sind aber nur wölfe gewesen ja die weicht aus und trotzdem was ist das denn hallo so ich würde ehrlich gesagt habe es nicht verfügbar ich würde aber gerne mal wissen wo der eigentlich hin ist der anführer wo denn da oben achso wo komme ich da hin wo ist er wo ist er denn ach da oben naja jetzt habe ich den turm auch gesehen okay mein spring doch runter und mach hier einen attentat ist das so schwer geht doch so nahrung wäre schon mal ganz gut wir gehen jetzt erstmal in den turm rein hoffe ich zumindest dass wir das könnten hallo wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen hm hm okay der ist aber im ne hm so geht doch ja war doch gar nicht so schwer ja und ich krieg das mit den mit wie auch immer ich darf mich besaufen das ist das geilste daran du bist verletzt nein nein hör auf mir geht es gut das ist mehr blut als verletzung hm hm stolz kann dich nicht heilen hemming du brauchst pflege und verbände mein clan kämpfte gut nicht wahr du sahst es das herz dieser leute wie sie sich hinter ihrem jahr versammelten du hast diese wirkung auf die menschen sie vertrauen dir und meinen sohn lieben sie noch mehr doch ihm fehlt das vertrauen der tane und mir läuft die zeit davon sie zu überzeugen du bist krank und du nimmst es an anders als mein sohn er glaubt ich wäre unsterblich weil er das muss er will nicht was ich ihm zu geben habe hm war es willy der mich rief oder warst du es hemming ich hoffte dass du schneller kommst wenn du willys namen zuerst hörst ich brauche deine weisheit evo deine verschwiegenheit die hast du natürlich es wird bald ein ting geben in dem die edelinge einen neuen jahr bestimmen und ich bin mir unsicher ich wünschte dass mir mein sohn nachfolgt doch er zögert er folgt seinem krieger herzen andere werden teukwie benennen ein guter mann mit dem geist eines anführers doch sein stammbaum ist fragwürdig und er ist weniger kühn scheiße auf den auf den stammbaum und ganz ehrlich also ja ihm steht die jahlehre zu okay aber wenn er das nicht möchte warum sollte er das machen und er hat ja selber gesagt dass dieser drück wie guter anführer halt wäre also sagen wir es mal so ich mag es generell nicht wenn leute irgendwo in irgendwelche fußstapfen immer wieder reingedrückt werden die sie eigentlich gar nicht möchten das hatten wir jetzt schon ein paar mal während der geschichte und ja ich kenne den typen jetzt nicht also gut wir haben glaube ich vorhin mit ihm gesprochen ich bin mir grad nicht sicher aber ich denke der wird ein guter anführer sein scheiß auf den stammbaum ich meine trück wie ist weise und er hat den scharfen verstand eines anführers beim ting würde niemand seine nachfolge anzweifeln würde man ihn benennen das war nicht das was er hören wollte ne ich bin immer zu ehrlich ich weiß deine augen sind so klar wie dein verstand lass dies dein denken in den kommenden tagen leiten willi bricht bald gen kinderfall auf reite mit ihm und redet wie nur alte freunde es können sollte ich eine walkyria in der nähe sehen schicke ich sie fort ich kann sie noch ein weilchen fern halten ich habe jetzt eine in meinem dorf stehen also wenn auch nur als statue ja ja das ist schön ich bin jetzt hier willkommen ich war zwar vorher auch schon willkommen aber gut natürlich jetzt nicht hier in der feste weil so wie ich es verstanden habe haben wir jetzt ein komplett neuer angegriffen ähm ja ich schaue gerade mal eben 18 das ist direkt unter mir ja oder was haben wir hier ein brief von könig kausastin ich habe euch dem haus von ogilwir die aufgabe übertragen nord hymbra einzunehmen enttäuscht uns nicht bringt unseren landen rum ja war wohl nichts mit ne dann würde ich sagen ich habe gar keine benutzt äh dass wir hier mal kurz runter gehen mal gucken wo genau hier die rüstung ist was das sind doch gegner wieso sind hier gegner oder doch das sind gegner hallo ich bin doch hier willkommen wieso sind hier dann gegner ach hier komme ich gar nicht raus ähm dann muss ich von außen rum obwohl moment das zeigte mir jetzt aber gerade ach so das ist draußen okay dann gehen wir erstmal hier raus das könnte ich theoretisch auch runterfallen lassen aber da sind ja jetzt keine keine gegner mehr ne deswegen aber das irritiert mich warum wir jetzt hier noch gegner sind die feste ist doch gerade eingenommen jungs habt ihr das nicht mitgekriegt oder was so ne das sind ich höre es wieder rauschen und rascheln und das ist jetzt wieder über mir ach so da müssen wir rein nein ach so doch ähm da ist ein Fenster da könnten wir ja theoretisch rein ach der ist hinter der Tür okay ah aber wir sind sehr schön das war ein Buch des Wissens okay keine Rüstung Türstritt sehr schön dass wir den bekommen haben so haben wir hier noch was wichtiges Maske der wartet hier unten Moment ähm doch die Barren die Barren sind jetzt aber über mir ne Moment wir gehen ja trotzdem mal gucken der Typ ist unten das ist soweit klar jetzt sind sie doch auf der Seite okay ja Junge ich würde sagen hast du zur falschen Seite geguckt ne so ist das nicht richtig so was haben wir denn hier alles da hinten ist eine Truhe hier können wir noch ein bisschen was plündern sonst war jetzt hier nichts mehr doch da ist doch ne das ist ganz weit hinten das ist über mir äh äh geht es hier noch irgendwie hoch können wir noch plündern pack pack die Frage ist komme ich jetzt dahin wo ich hin muss wenn ich jetzt da hoch gehe weil von der Höhe ungefähr sind wir doch gekommen oder nicht oder war das nur das hier ne da unten ist noch was ja ja was denn nu ich hab doch keine Zeit jetzt hier die ganze Zeit rumzueiern ich schaue jetzt erstmal stehe für mich in die Ferne Sühnen der steht vorne vor der Tür okay Moment dann gucken wir jetzt hier mal kurz dann gehen wir hier runter wenn das nicht hier ist dann äh gehe ich nämlich jetzt mal weiter ah doch okay gut dass ich nicht weitergegangen bin weil Goldbarren können wir natürlich immer gut gebrauchen so Nachricht eines toten nordischen Edelings die Pikten sind gnadenlos und scheuen nicht vor heimlichen Angriffen und Hinterhalten zurück unsere Verstärkung kam nie an es kehrte nur ein Speer zurück der berichtete dass die Pikten sie auf dem Weg nach und nach getötet hatten wir haben vielleicht die fähigen fähigeren Krieger aber die Pikten kennen diese Lande besser als wir und nutzen ihren Vorteil geschickt aus ja das ist leider oft so ne manchmal ist es auch gut weil das die richtige Partei ist aber manchmal muss man auch leider sagen hier komme ich glaube ich so nicht mehr raus dann würde ich sagen dass ich jetzt erstmal hier so ein bisschen durch die Gegend klettere bis zur anderen Seite und dass ich dann ähm in der nächsten Folge mit Willi spreche weil ich gehe mal stark davon aus dass das eine komplett neue Quest ist ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig drauf geachtet aber ich meine eben ist eine neue Quest gekommen ja okay ich dachte schon nicht dass die jetzt hier irgendwie noch runter schlittert oder so ja ich würde sagen dass wir dann in der nächsten Folge weitermachen und den Teil mit Willi durchführen bis dann Ciao und Ciao und ciao Vielen Dank.